Hi, ich bin der Dexter und wir spielen hier zusammen GTA 5. Zwischen diversen Rennen, wo wir natürlich immer an erster Stelle stehen, naja, vielleicht auch mal rumrutschen, werden wir natürlich auch Random Moments wie Verfolgungsjagden oder Schießereien mit Eggcam festhalten. Musik Außerdem spielen wir die ein oder andere Nation, wobei wir natürlich auch hier immer wissen, was wir tun. Ja, naja, und falls mal nicht, da weiß ich auf jeden Fall nur eins, wir werden eine Menge Spaß haben. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.